Moin, mach ich's, ich bin's, Little Compass Brain oder einfach nur Yannick und heute ist ein ganz, ganz phänomenaler Tag, denn nächste Woche ist Weihnachten und ich gebe euch quasi vorher schon ein kleines Geschenk, denn heute gibt's den Hashtag Brain 12 Stunden Stream Plus. Das heißt, ihr könnt 12 Stunden mir zusehen, wie ich RPG Maker Horror Games spiele und eventuell sogar eine Amnesia Custom Story am Ende oder ein anderes Horror Game. Wir werden sehen. Der Stream startet auf jeden Fall genau jetzt gleich um 12 Uhr und geht bis mindestens Mitternacht, denn ihr könnt mit Subs und mit Donations bestimmen, ob der Stream noch länger gehen soll, aber das schaut ihr gerne selber nach. Twitch.tv slash Brain kommt gerne vorbei. Wir sehen uns da. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü.